Die Mishnah sagt uns, dass ein anderer in Bruches sind, in den Bichas an den Händen. Wir wissen, dass wir mit dem Schmerz, der eine keine machen, und wenn der andere hört sich zu, dass es keiner sagt, dass er aus dem Ruhig ist. Nicht nur so, dass wir hier, die Plätze, die in Polen sind, was wir besser machen. Wir wissen, dass wir mit dem Ruhig sind, dass wir mit dem Ruhig sind. Die Ruhig, die die Heilige, die die Heilige, die von Ruhig an den Händen, ist nicht, dass er das sagt, Menschen auf einmal, sondern dass Menschen sind, ein Jöte, doch kein Mensch. Die Moschel, die die Kirschöfe, die Balatikea macht den Bruch, aber jetzt alle wollten die Darf machen den Bruch. Jeder hat seine eigene Reise von Herrn und Kirschöfe. Aber es ist eine Gresche von der Mitzwe, wenn alle hören, ein Bruch, alle sind die Jöte von demselben Mitzwe. Da hat man aber nicht Birch as an Mitzwe, sondern Birch as an Hennen. Jeder macht eine Mitzwe an Hennen oder um ein Bruch in andere, ein Bruch als ein Bruch in andere. Menschen sind nicht die Ersache, dass nicht alle Leute, wie sie das in den Leisen sehr betreffen können, dass eine andere Bruch in die Kirschöfe. Das ist eine Gründung. Immer wenn man sagt, dass sie eine Jöte von der Mitzwe, wo die Jöte von der Mitzwe, dass sie eine Bruch in der Mitzwe. Jöte von der Mitzwe. Wenn die Zeit der Soderbhung ausgehen, alle Menschen zu dem Wegweilen, die Menschen nach der Mitzwe, Das ist das Zimmer, das wir essen jetzt zusammen und das Keweh zu essen zusammen. Joche meint, dass das Gewehren bei der Mikre, einer sich weggesetzt, der zweite sich weggesetzt, der dritte sich weggesetzt, damit man nicht in den Sinn gar zu essen zusammen. Und die Mischner sagt das sehr interessante Ding. Wenn die Zuhörer der Yeshiva ist bei der Arbeit, dann muss es nicht so gewonnen werden, dass einer kein Moiz ist, der andere. Ein Kollege wird nicht gebraucht. Es ist ein Moiz, es ist ein Becher Samoz, aber es ist ein Gewehren und es ist ein Gewehren. Das heißt, wir nehmen die Mischner, und jeder hat sich weggesetzt zusammen, also wir haben eine Chabur, nur dem muss er da ein Loch auf eine Echt, und wir brauchen die Kuhla. Das heißt, das dritte von den Mischnern ist, nicht wie wir ihnen zugeworfen, sondern die Mischnern will uns machadisch sein, dass es nicht gar kein Ding für die Schmerke heuen, ob sie gewinnen mit der Arbeit. Jetzt, die schöne Merke, in den heutigen Zeiten, wo der Seder von Essen ist allemal bei Yeshiva, und nicht bei Yeshiva, ist bei ihm die Spalt, und er ist da. Das ist, wenn wir uns zugeworfen, der Musik, und wir beachten, wenn jemand von der Zweite sagt, oh, du machst die Mischnern, sei mir Mischnern, oder schaffst du nach bei der Seder, der Rösch, der Baller Beiß, das ist Mevoruch, und alle anderen, die Menschen, die Mischnern, die Mischnern, und wir machen das, die Tere, die Mischnern, die Mischnern, die Mischnern, auch die Mischnern, und Menschen, die Mischnern, auf dem Weg zu stehen, und die Mischnern, und auch, die Mischnern, Ich sage nichts mit Nischöme, aber ich sage es so, die andere Römer im Mitzwes sind die eigenen Kiel zu dir, und meine Kiel, meine Kiel, die Kiel, weil sie nicht die Kiel sind wie das oder so, dort sind die Kiel zwischen allem nicht so stark, dass es nicht so viel zu tun ist, wenn es ihnen nicht so schwer ist. Es ist ein Hennen, das ist eine Geschichte, du musst doch nicht das machen. Das war mir, das ist mir, Wie beinere sagt man, wie arbeiten sie bei dir? Ich meine... ...Wir erfahren haben uns die Stimme der Stimme, wirst du eine Worte, die du sagte, du hast etwas Töter für die 25, ist nicht davon, dass sie bei ihnen dran sind. Weil wir beide wissen, dass sie bei ihnen an der Stimme sitzen, aber ich verstehe, dass sie einfach nicht diese Stimme von ihnen sein wollen. Bei ihnen gibt es eine Stimme. Aber wenn sie bei ihnen sind, diese Stimme ist nicht so, dass sie zusammen Coming in das Essen Möchtung und dann muss das hier aus bei uns mit einem anderen das ist ein kleines ein kleines aber du hast nicht aber du bist nicht aber du hast nicht du hast nicht du hast nicht aber du hast nicht so geht es hier Und dann kommt es um die Schmerzen. So, die Menschen wissen, wo sie die Schmerzen sind, wo sie die Schmerzen sind. Sie kommen in der Schmerzen. Jetzt steht das so. Heute kommen wir Wein im Hintergrund. Aber auch, es gibt noch alle Menschen. Sie können sich nicht mehr mit dem Schmerzen aber die Schmerzen sind in der Schmerzen sind und die Schmerzen sind. Mit dem ganzen Schmerzen Aber auf Yein, wenn man es nicht nutzt, ist dann einfach... Die Yein muss sein jeder in der Mitte. Alle, die wir sind von dem Ratsch. Die Mosein, die wir mit dem Kiddush, sind wir in der Mitte der Sude. Oder sie kommen Yein auf der Mosein. Der Mosein zu dem Frieden in der Mitte der Mitte ist. Er ist einfach gesagt, dass Mosein ist, dass sie mit allen zusammengezogen. Aber gerade, es muss nicht die Frage, die Sude, die wir mit dem Tisch haben, die wir mit dem Ratsch. und das heißt mit Zeit, dass er das machen kann. Also ich habe gelernt mit Friedrichsblatt, als jetzt, speziell bei IK-Mologen Zeiten, der ganze Mensch war da, na, er brachte es. Auf Päden, der ganze Makhleukes, auf Mäsoinnis, auf Jägen, na, er brachte es. Aber auch bei Kaponen, die noch alt und zu über ein Jahr hat, und so hat nicht der besondere Teil, der immer noch in der Samachtes von Mitten am Wasser, wo es demnächst ist, der ganze Makhleuk, jetzt wir haben die Zeit mit den Nessern, die wir haben die Zeit mit den Nessern, mit dem wir in den Nessern machen, dann muss das ein bisschen mit dem Nessern, sage ich die Mischung weiter, jetzt haben wir gesagt, dass Mäsoin, dass wir mit Jom Jesu zusammen, keine Mäsoin sind, und alle anderen sind, dass wir immer die Makhleuk, der Mensch, der er gibt, der er gemacht hat, der er soll sein der, der er in die Nessern, der er möchte für die Nessern, die wir vielleicht bringen, für die Nessern, aber wenn wir mit den Makhleuk, Sude, kommt doch heute jetzt nicht mal am Schachalik in der Sude, aber wenn man bringt es in mitten von der Sude, ist es wichtig, dass man so ein Mechabe zu sein, der, was hat gesagt, der Moizy, er soll sein, der, was er macht, der Bruch auf dem Mugbo. Das ist das so, mit Frieden gesehen, als noch der Sude, vielleicht sein einer da, Paperois, mit vielleicht essen, nach solchen Sachen, und mit vielleicht später essen, süße Sachen, und der muss taktig auch machen, nach der Bruch. Wenn man tut das so, darf man so ein Mechabe von einem neuen Menschen. Von dem darf man so sagen, aber heute, du gehst das in mitten von der Sude, der muss das hier geben, der Bruch auf dem Mugbo, von dem, was er gemacht hat, der Bruch auf dem Mugbo, von dem, was er gemacht hat, der Bruch auf dem Mugbo, von dem, was er gemacht hat, der Bruch auf dem Mugbo, das passt, er muss das M geben. Sag dir mal, der Bishum Levy Amah, bei Shavuah Ben, Himas Nisse. Shavuah Ben, meint Asude von Abrissmille. Asude von Abriss. Asude von Abrissmille, Ben. Das er sagt, unseren Menschen, was er gesagt, als Menschen, wo sie sitzen zusammen, mit Mugbo, wo sie sitzen, was er gewonnen hat, was er gewonnen hat, mein Zibu, der ist angekommen von allen meinen Seiten. Er ist ein Schwanger von der anderen Seite. Er ist ein Khabilluschen, ein Koeller. So muss er ein Zibu von Menschen, was er hängt, was er in Amos, kein Scheiches. Asude von Abrissmille, haben wir mit Mugbo zusammen, das mit Zibu. Aber bei diesem Tag, der Bruch auf dem Mugbo, er ausgeht, hat sich auch die ganze Mugbo. Das ist ein Zibu, aber es gibt eine Dinge, die Verluste von Abrissmille. Oh, die Bruch auf dem Mugbo, das ist sicherlich, Weil er weiß, dass der Beis sei, ist auf viele Amolige Zeiten, nicht nur Heintige Zeiten. Und auf viele Amolige Zeiten, wenn der Derech gewinnt bei Ersebe, und er gegangen bei Yeshiva, das kann alles sein, also er kann machen, das wird auch auf der Allgemeine. Weil auf viele Apostel, die Yeshiva, ist mitzahlen auf der Allgemeine, wenn sie sagt, weil er weiß, dass der Beis sei, weil der Bezieh ist, ist Mechaber, der ganze Allgemeine. Das ist alles, ich will noch mal wieder warten. Von den meisten anderen kommen, das ist eine Finanalyse. Die kommt ja jetzt noch, so geht es in den Brieh. Ja, viele, wenn alle kommen zu den Sudden von dem Brieh, aber wenn sie kommen und auch in der Allgemeine, dann gibt es andere Menschen, die Beziehung von Ziruf. Kannst du mir? Nein, ich kann es besser sagen. Nein, ich kann es nicht mehr sagen. Aber ich kann nicht sagen, dass es die Sudden ist. Ich kann nicht sagen, dass es zwei Menschen hier sind, aber es gibt auch noch ein Freund. Ich kann nicht sagen, dass es auch eine Musik ist. Ich kann nicht sagen, dass es bei Simon ist, in der Messeraden, in der Restaurant, das ist so ein Platz. Ich kann jedenfalls nicht mehr auf der Tat. Aber ich kann nicht mehr auf der Tat. Ich kann nicht mehr auf der Tat. Aber ich kann nicht mehr auf der Tat. Aber ich kann nicht mehr auf der Tat. Aber es gibt noch eine Musik. Es gibt ein paar Menschen, die Menschen mit den Ziruf. Es ist nicht so, dass es eine Situation, die Menschen mit den Ziruf, sondern auch die Simein zu machen, die wir nicht sagen. Das war's. Da wo es kommt? Da wie es kommt? Da ist es nicht. Das ist alles. Wenn wir so, es gibt es für andere Tore, dann geht es um große Teil. Also geht es um große Teil, ein neue Teil, ein Teil der Tore, und das ist auch der Grund. Aber weißt haben, das ist alles unter Androm. Das ist ein neues Teil, also wenn es um die von sterben ist. Das ist ein Teil, es hilft, das andere. Also steht das bei uns. So geht es mit der Frau. So weit. Die Preise steht in Bavli, steht da so, wie geht der Seder, ein ganzer Seder, was man tut, ohne Pfad und Norden, und die Preise sagt, in welcher Schlaf können eine hier, in welcher Schlaf können eine nicht, steht da so, Seder Seder geht da so, Orchen nicht nur sind, die erste Sachen kommen rein, die gehen rein in das Zimmer. Der Zimmer, die kommen rein, das ist nicht der Platz, wo man geht essen, das ist der vierte Zimmer. Die Sache ist, wenn die Kaboulos-Ponim geessen, ist nicht der selbe Platz. Man nimmt die kleinere Platz zu essen dort in Kaboulos-Ponim, das ist ein größer Seder, das ist toll, aber die größere Seder geht rein in die größte Zimmer. Das ist dem Rhein, das steht da. Sege Seder, Orchen nicht nur sind, wenn wir die Kaboulos-Ponim die Katedräume, die die Kirche sind, wo es in der Fähigkeit sind, die Gitarren sein, die sich nicht nur in der Bibel beenden. Wenn ihr sagt, noch jemand kommt, noch jemand bringt seinen Pusch, mit seinen Schlaf, wo er geht, so jetzt ist der Platz, woher Menschen kommen, die Schroggel kommen, die Flutzen kommen. Die Flutzen sind sehr gut, und die Flutzen sind so. Das ist eine interessante Sache. 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 Die Sache auch. Das heißt, nicht nur die andere Hand, man darf immer waschen mit beiden Händen. Die friedliche Waschen, die Hälfte der Goren ist, weil der Passwort der Geist jetzt hat, ist, wenn man sich immer lernt, die friedliche Waschen. Weil der Moden der Waschen von einer Hand, andere lernen, dass er nur bei jeder Hummer oder nur bei jeder Minig ist. Das heißt, die schwachen Nettile können nicht mehr sein, sondern sie können nicht mehr sein. Aber so ist es, wenn man nicht mehr sagt, man darf nicht mehr Nettilziger werden. Nettilziger werden. Das heißt, das muss man verstehen, weil man nicht jetzt nicht mehr waschen muss, sondern man muss einen Pass. Die Schuhe von der Breiße, die wir jetzt in der Beforschung, geht ein bisschen nach Drei. Die Papiere ist, in der Sede von der Breiße, nicht mehr. Die Papiere ist, dass wir es nicht mehr als in der Breiße besitzen. Also, wir kennenlernen, dass es auch in der Breiße, in der Breiße stehen kann, wenn man so ein paar Päder bringt, und man sagt, es kann einen Päder bringen. Aber wenn man so ein Päder bringt, das heißt, man kann so ein Päder bringen mit einem Päder, das heißt, die Päder bringt, natürlich, hier ist ein Päder. Das heißt, die Kiel oder Breiße gibt es eine zweite Option, der ist bei der Breiße. Man kann so ein Päder bringen und man geht es auch in der Breiße, und man geht es noch mal essen mit einem Päder, und das heißt, das ist ein Päder zu Menschen. ist echt ein Buch der Kulon. Man geht nicht so, als wenn es noch nicht dem Ames der Sude von der Paz ist jetzt noch mehr ein paar Jeden allein. Nein, aber es ist auch so, dass der Matze von dem Mithaus mit der ganzen Sache ist. Ja, jetzt wird es ein Echern Buch der Kulon. Noch nicht, dass es an der Sache ist. Und wenn es nicht so ist, wenn es nicht so ist, es gibt noch 3 Papieröse. Das heißt, das ist so. Wenn es nicht so ist, dass wir heute hier gemacht 3 Papieröse, oder wir machen den Chishben, wie viele Menschen gegeben, der Minigfleck sei in 3. Sie gehen nach Papieröse, die Schöne, wenn sie ihm gewarnt. Noch dem, der Sede, der Pfeil sei in der, noch dem Flecken geben noch, also wie sie gestanden, wie in dem Papieröse, die eine zweite Mal. Und der Minigfleck sei in der dritte Papieröse. Ich weiß nicht, was? Ich kann noch waschen. Noch, man sagt noch, ich möchte waschen. Ich habe andere Sorte Kälte, in der Molage Zeiten. Also, ich kann noch essen. Noch, bequitze, Sie gehen nach Sede von 3 Mal Papieröse. Aeulach, als Hilfels der Recheretz, hat uns Kinnrischus aneinzikumen, noch dem Schlab. Vavos. Was ist Buschel für Balobos, weil noch dem, Otter nicht was Siegeben, faderoidech. Meile, wenn ich kumte, da haben Siegeben, achatsch eine, achatsch zwei. Aber auch, es ist ein Zahmim, ist, als mit Siegeben, all der Dray, hat uns der Balobos, hat euch nicht Pfeil, dass Siegeben faderoidech. Es ist ja nicht, dass wir nicht allein kommen. Und wenn Jäbush belebeis, ich leine de losung, faderoideim, schräg eine Einer Litern, Das ist der Losham, was Rashi sagt, wenn man das Zucke und der Charity bringt uns da. Man muss die Pfanne, die Pfanne, die Pfanne, die Pfanne, die Pfanne. Wenn wir nicht kennen, dann sind wir so viel, wenn wir nicht genug Pfanne, die Pfanne, die Pfanne, die Pfanne, die Pfanne, die Pfanne nicht. So, das ist interessant, wenn ich das hier, das ist so viel, das ist das Interesse. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt geht die Gimora weiter. Die Gimora ist, die Gimora ist so. 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 Wir machen die Gimora. Die Gimora ist so. Daher hat man an den Gimora larven. Daher hat man sich ein Rauchen. Dann käme Sie ein. Ich habe eine Gimora. wie die andere Straße, wie die Rebbe, ich weiß was, er sagt, ich will einen Händigen, weil von dort, er läuft einfach schon vorne, und ich weiß, ich will einen Händigen, ich will einen Händigen, nein, es ist ein Mokce. Oh, dort steht bei Eike, was es ist ein Mokce. Was interessantes hier ist, dass dort steht in der Kredi und die Rasha, sie bringen andere, sie bringen von Rashi, dort noch ein Hesben. Und das Hesben ist, wie bald, als wir noch eine Mokce besuchen, die ganze Zeit. Und wenn sie auf jeden Tag, sie will etwas essen und es ist laufen, sie ist doch nicht mehr. Sie wollen nicht, weil du bist noch nicht mehr und wirst einen Bogen, der dann, die andere, die schon einmal ein Sucke sagen, dass sie nicht als Mokce, sie sind mit zwei, sie sind noch alle in der Mitte, die mit dem Doris nicht zusammenbleiben. Das ist nicht so, dass es nicht ein Sucke geht. Aber du sagst, du sagst die Kredi, die alle Wettbewerden gezeigt, mit allem, was wir genutzt haben, wir kennen uns alleine von der Stube, alles, und wir haben es zuerst. Das heißt, als er kommt rein, am Namen Jontef, Schmini Acer, das ist ein Schastodder, er sieht, dass sie alle anderen Kellen angreifen in den Stub, und die größten Jontef ist ein Schastodder. Er sagt, ich bin mir nicht so, aber er hat gesagt, dass er noch nicht mehr zu machen ist, er hat gesagt, dass er nicht mehr zu machen ist, sondern er hat gesagt, dass er nicht mehr zu machen ist, sondern er hat noch einen, was er geht jetzt in der Stub, Schmini Aceres. Aber ich sage ihnen, wie weit er ist in der Stub, weil er nicht mehr zu reden ist, weil er nicht mehr zu reden ist, weil er nicht mehr zu reden ist. Er kommt in der Stub, wenn er nicht mehr zu reden ist, er hat Gäste, mit kleinen Haaren, und der Zucke, er versteht sich natürlich auch größer. Aber es ist ein wenig, es ist auch ein wenig. Schickt den Matraschen weg. Oh, es ist so, ich habe ihn am liebsten, zu kosten, wir wollen ja, und das ist der Loch, also nicht mehr zu reden. Da muss ein Mensch gehen, und das ist häufig der Mischle. Die Mischle hat gesagt, dass er mit 100 Spassen in der Zucke, aber da steht, also ein Mensch darf uns gehen, und er macht einen Inder von Absul, oder eine Pürze von woher, und er macht einen Gibi, wo er mit einem anderen Tag und er macht einen Tag. Und er macht eine Pürze von uns, und es ist uns für die einzige Zeit, aber wenn er eine Pürze von der Kelle, was er nicht, was er nicht, was er nicht beschreibt, was er nicht beschreibt, wie er es beschreibt, Und so sagte er, ich will ein paar Sachen, die ich mir erzähle, weil er nicht in der Zeit noch auf die Polizei ist. Wie ich mir mit der Zeit das war? Aber es war eigentlich etwas mitauernd, ich habe mich immer gesagt, dass ich den Geist das nicht nutzen darf, aber er war mir nicht. Ich habe keinen Sinn, ich habe mir gesagt, die Kirche zu versuchten, die Kirche zu versuchten, die Kirche zu versuchten, die Kirche zu versuchten, und so er weiß es nicht da sitzen, und er tut es nicht so, dass er nicht die Kirche zu tun. Ich sagte auch nicht, Und wenn wir alle leben, wo es tut mir, und er hat nicht gesagt, er hat nicht gesagt, das ist auch noch ein bisschen. Wir machen ein Stück. Und wenn wir später in der Suche warum haben wir das in der Suche gemacht? Nein, aber wir haben uns nicht ein Problem. Aber es ist nicht so, dass wir das in der Suche gemacht haben. Wir sagen, jetzt wir machen ein Stück. Wir sagen, du kennst dich, wir machen, stellen wir millimeter administrative und bleiben jedoch nicht so. Wir sagen, es ist ganz schön. wir haben eine Suche gemacht. Wir sagen, wir sagen, dass wir eine Suche gemacht haben. Wir sagen, wir wissen nicht. Wir sagen, wir sagen, wir sagen, wir habenましょう, wir haben das Wettbewerb. Wir machen das, davon was, also muss wir das Wettbewerb. Wir sagen, wir sind ein von Wettbewerb, ein von Dsch wegen der Ommel-Utaten. weil es nicht so gut geht. Weil uns noch einmal gesagt, du musst ja nicht. Und noch einmal sagt dir die Typhonus und Zuh прärgert. Wenn du also bist, dann bist du da dran vor. Wenn du auch nicht so gut bist und wenn du auch nicht so gut bist, dann bist du nicht so gut bzw. nicht so gut. Dann bist du mit deinem ganz schönes Ding. Und das ist hier. Das ist hier. Aber es ist hier, wenn man einen Menschen hat, wenn man einen Menschen mit einem Gehäuser hat. Das heißt, wenn man einen Gehäuser hat, dann geht es um Gehäuser. Du weißt, du kannst das Gehäuser. Aber du weißt, wenn man einen Gehäuser hat, dann wird man nicht mehr Gehäuser. Das ist ein Gehäuser, aber das ist ein Gehäuser. Das ist ein Gehäuser, aber das ist ein Gehäuser.